Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LP, es heißt Let's Play Skyblock. Dies hier ist eine Minecraft Survival Map, wo wir nur das hier haben und das da hinten. Und da hinten soll noch irgendwas drin sein und so. Wir haben hier nur Wasser und Lava, damit wir überleben können, um halt darüber zu kommen und uns alles aufzubauen. Und diesen Baum haben wir. So, wir starten jetzt erstmal ganz einfach, indem wir erstmal das machen. So, und den machen wir. So, erstmal hier frei buddeln. So. Dann muss das hier hin. Glaube ich. Nein, das muss hier hin. Ja, genau so muss das sein. Perfekt. So, jetzt haben wir das nämlich auch schon mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns hier drüben herum bauen, damit wir die Samen auffallen können, falls Wäsche runterfallen. Das wäre ziemlich groß sind. Ähm, ich würde sagen, ich mache das mal ein bisschen größer. Also, so einen Block von Gras muss ich auf jeden Fall stehen lassen, damit wir hinterher auch noch... Ähm, warte, Moment mal. So, damit wir hinterher auch noch Gras heißen wollen. So, und das hier Gas wächst halt und nicht nach, das muss man halt wieder in der Pflanzenwende, ne? So, dann wollen wir nochmal gucken. Also, erstmal bekommen wir natürlich ganz normal Holz und so. So, jetzt können wir das schon mal... Ach, da geht doch. So, erstmal das bauen. Jawohl, da haben wir auch schon wieder den ersten Samen, den können wir schon mal platzieren, jawohl. Also, es fängt gut an. So, jetzt müssen wir ihn dazu machen. Ach, was war ich denn da? So, so, so. Noch einen müssen wir leider verbraten. Und dann bekommen wir auch unsere Spitzhackern. Jetzt können wir hier den Stein abbauen. Oh, oh. Der muss auch wieder hin. Also, besonders schnell bekommt man hier die Sachen natürlich nicht. Das ist natürlich schon so ein bisschen bedacht, ne? Jetzt ist die Frage, wo platzieren wir unseren nächsten Samen hier. Weil der ist, glaube ich, weit genug weg von der Lava, damit der nicht abfackeln kann. Ich weiß auch, ob der wiederum ziemlich schade wäre, ne? Also, das ist die Frage, weil wir die Sachen nicht sicher machen können. Also das ist jetzt erstmal das Hauptverfahren, was wir erstmal brauchen, um überhaupt hier irgendwas zu schaffen. Das werden wir auch noch einige Zeiten machen müssen. Einige Zeiten, weil wir haben ja nur hier das Dreckstück. Und wir können halt dann nur mit diesem Stein halt weiterbauen. Wir können den zwar auch dann wiederum verarbeiten zu schönem Stein, aber das ist ja jedemseits das war los. Ach, Mann! Was ist das denn? Oh Mann! Das kann noch einige Zeiten dauern. Wir bekommen ja auch... Nein! Ach Gott! Das ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. Das Wasser zufriert und die Lavande direkt da reinläuft. Und das ist das Schlimmste, wie wir es stehen. Und zwar das ist das Schlimmste. Das war ja jetzt großartig. So, erstmal hier den wieder rein. So, das kann erstmal so bleiben. Was, ja, was jetzt? Toll, wollte ich ganz sagen. Ja, was wohl anderes? Wir brauchen sowas. Toll, technischer Fortschritt. Das hier geht jetzt auch relativ schneller. Das hier geht jetzt. Das hier geht jetzt. Das hier geht jetzt. Das hier geht jetzt. Oh, man sieht schon. Es ist eigentlich, also hiermit geht es deutlich schneller. Das hier geht jetzt. Das hier geht. Na ja. Eigentlich immer die gleiche Song. Oh, oh. So, das ist nicht zweifelig. Und weiter geht's. Ich muss ja am Anfang kurze Pause machen, stimmt ja. So, die wachsen gerade nicht. Und das ist ziemlich schade. So, wir müssen jetzt sagen, das lassen wir erstmal hier. Den benutzen wir. Okay. Okay. Moment mal. Wir sind glaube ich noch nicht tief genug. Wir müssen erst, ne nicht da, den Eimer muss ich hier lassen. Alter, ist das hoch. Auf welcher Seite sind wir denn hier? Wir sind auf der Normal 65. So. Ich würde sagen, das. Das kann man benutzen. Ach, shit. Genau, das ist das Problem. Wenn wir runterfallen, fallen wir runter. Hey. So. So, jetzt kann ich jetzt auch mal wieder reingetan werden. Jetzt können wir den Pflasterstein benutzen. Denn ich meine, wir müssten jetzt tief genug sein. Ja, da sind wir. Ja, da sind wir. Ja, da sind wir. Okay. Ja, da sind wir.